hallo welt da sind wir wieder hier bereit für ein foto nein wir haben das foto in der letzten folge schon geschossen seit der letzten folge stehen wir also so mit offenem mund hoffentlich ist nichts reingeflogen naja dann werden wir dann wären wir wenigstens satt geworden und wir haben endlich hier einen generator den wir jetzt natürlich irgendwo erst mal platzieren müssen richtig ein bisschen was können wir ja lagern aufbauen oder lagern erstmal aufbauen dann wird bald erreicht um bei uns ausbrechen ich spüre es schon böden ja egal wir bauen mal so ein kleines generator häuschen gegenstand kann nicht platziert werden es wurde nichts ausgewählt ach so jetzt interessant ja wenn wir schon brauchen dann richtig oder so ein kleines häuschen dass wir dann immer wieder verwenden können möchte ich dann ganz gerne hier bauen bald sind wir reich an kornkorken live im im Und Wände. Ob da diese kleinen reichen? Ich hoffe, die reichen, die kleinen. Ich hoffe, die reichen. Ich hoffe, die reichen. Nein, die kleinen reichen leider nicht. Ich hoffe, die reichen. 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 Ich hoffe, die reichen, die reichen. Ich hoffe, die reichen. Ich hoffe, die reichen ist. In bzw. die reichen wird. Das reicht schon. Wow, ist das hell. Nun gut, nun gut. Na prima, endlich werden wir reicher. Oh Gott. Ach. Irgendetwas fehlt da. Türen! Oh. Schade. Oh. Schön. Habe ich das geträumt oder haben wir nicht auch irgendwann mal den elektrischen Stuhl gekauft? Der wäre doch bei... Geräte. Ich glaube, wir haben keinen gekauft. Nein. Stromanschlüsse. Nein. Naja, der elektrische Stuhl. Was bringt der uns schon an Schutz? Geschützer und Fallen vielleicht. Auch nicht. Ah, Moment. Stühle. Wanddekor. Hier, Stühle. Das ist ja. Mhm. ine Süke Stuhl. Ja. Nein, nichts. Und das wird hier unser nächstes. Traumobjekt sein. Das wollen wir als nächstes sagen. Trotzdem fehlt eine Tür. Das wollen wir als nächstes. Die Treppe schenken wir uns jetzt. Ja, die Treppe schenken wir uns jetzt. Also schön. Ja, die Treppe schenken wir uns jetzt. Ja, die Treppe schenken wir uns jetzt. Ich hätte den Monitor da oben ganz gerne ausprobiert. Aber wir werden noch ein bisschen anders bauen und den Monitor dann ausprobieren. So wie es jetzt ist, sollte das doch erstmal reichen. Ja, drei Etagen dürfen wir nicht mehr bauen. Ganz einfach. Ja, die Treppe schenken wir uns jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.